Du hast nur Pink Ghoul. Oh mein Gott, ich bin stolz. Salud, Salud, was geht? Oh mein Gott, ich seh grad die Runde einfach. Alle in einem Team. Junge, ich guck mir grad einfach Wiederholungen an. Alle in eine Runde, in Randoms. Ich, du, Tom und Leon, in einem Team. Junge, wir spielen einfach Randoms und kommen in eine Runde. Lol, ich schwör Lol. Matrix, ey, Lol. Ich, du, Tom und Leon. Ich, du, Tom und Leon. Salud. Warum hab ich nur die Ghoul ermitt und keine anderen? Ich wurde wieder aufgeschmissen, Emmett. Warum? Weiß ich nicht. Direkt wieder vor'm Allog in? Ja. Lol. Youtube Prime brauch ich dafür. Youtube Prime brauch ich dafür. Youtube Prime brauch ich dafür. Ich habe... Ich habe einen der besten Youtube Partner. Ey kannst du dir mal fragen, ob er mich pushen kann? Ich habe einen der besten Youtube Partner. Ey kannst du dir mal fragen, ob er mich pushen kann? Mein Traum wäre halt auf Youtube so 1000 Abonnenten zu haben. Mein Traum wäre halt auf Youtube zu 1000 Abonnenten zu haben. Mein Traum wäre halt auf Youtube zu 1000 Abonnenten zu haben. Wer ist Maler? Chef kenne ich. Chef habe ich sogar als Freund. Ich habe manchmal mit denen in Stream gezoppt. Chef habe ich sogar als Freund. Ich habe manchmal mit denen in Stream gezoppt. Ähh JT Prime. Ähh JT Prime. Wie JT Prime. Wie JT Prime? Chef und Gott. Chef. Chef, Chef. 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 Hey was ist JT Prime? Ah, Premium. Kostet das Geld, oder? Ja, kann man das auf YouTube holen? Ja. Ja, ich weiß nicht, oder? YouTube Premium. Tschüss. Tschüss, das kostet Geld. Ah, scheiß drauf, ich brauch's nicht. Mach du mir einfach Profilbild. Ich kauf den das mal, oder so. Was? Okay, chill noch. Einfach mal lieblich in der Tiefen rückzukommen. Okay, chill noch. Okay, chill noch. Keine Privatgespräche hier. Keine Ahnung ob du ein Scammer bist Alter. Du hast mir meine Account, also genau als ich mir dir meine Account gegeben habe, war meine Account auf einmal weg. Ich habe ja nicht gesagt, dass du ausgebildet bist, aber... Mach mal auf 15 Sekunden. Ich will mal random Duos spielen. Warum werden die ausgelockt? Mach mal auf 15 Sekunden. Warum werden die ausgelockt? Ich kick dich, ne? Ja, kick mich doch. Duos. Mit auffüllen. Chef, mein Vater hat... Ich kenne ihn privat und das Maler kenne ich auch meinen Partner. Ah, ok. Nice. Bei mir ist kein Duos da. Was? Bei mir ist kein Duos da. Wie? Ich habe kein Arena-Bio. Was glaubst du? Die Arena-Bio, Arena-Bio. Lass mal Farben wechseln. Lass mal Farben wechseln. Lass mal... Farben wechseln. Mit auffüllen. Und 50 Sekunden den ins. Ok. Ich sag dir Bescheid, ne? Warte kurz. Und warum hast du dann so wenig Abos, wenn du so... Also nix ging dich. Nein, komm noch mit. 3... 2... 3... 3... 1... 2... 3... 3... 1... 2... 3... 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 4... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... Ich schau mal kurz. JT-Chef. Partner. JT-Chef. Kanäle guck ich einfach. Ne, da bist du nicht dabei, sorry. Also. Kanäle hat er nur. Partner. Lul. So. Geben. Geben. Machen wir es nicht. Du bist noch in der Lobby bei mir. Was? Ah! Ah! Ah, mein Acker. Einfach nur Chef eingeben. Ja, du wirst nicht, du bist nicht. Du bist in der Lobby. Hä? Sag Allah. Sag was du. Okay, ich geb mal Chef ein. Mhm. Hm. Da bist du nicht, sorry. Hm. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber du leider nicht. Ausmachen. Jupp. Jetzt sofort. Und alles wegpacken. Jupp jupp. Ähm. Drei. Zwei. Eins. Bereit. Lief mal. Heißt Chef, ja weiß ich doch. Hä, bist du dumm? Lost. Zulöst. Geh mal in seinen Stream und schreib mal was rein. Schreib mal irgendwie Hi. Damit, der will ich sehr sehen, ob du, äh, Partner bist. Das Maler heißt Julian und Chef darf ich leider nicht sagen, aber... Komm, schreib mal rein. Komm, schreib mal rein. Okay, wo bist du jetzt? Habe reingeschrieben. Äh, guck ich kurz. Äthiise. Es klingt aber leid. Äthiise, Äthiise, Äthiise. Wie ist denn dein Name? Genau zwei Minuten. Dann ist alles weggeräumt. Zwei Minuten. Wenn ich gleich wiederkomme, wenn ich nicht wegkomme, ist es morgenspielverbot. Ja, wo denn? Was laust du? Ich höre jetzt. Der war echt nicht schlecht, der war echt nicht schlecht, der hat echt gut gespielt, sogar. Alter, Chef ist ja richtig gut. Das war's, wenn ich es für den Rollen. Ciao. Ähm, Ultra Live-Sturm. Erweckt, Ridi. Gleiches besserer Player. Erweckt, die Leute, die im Wohlstandsen machen, äh, Camp for Champ. Rüdi, was ist denn Camp for Champ? 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 Wir sehen uns�kig